Krieg, Albtraum erinnern und verdrängen. Für den Künstler Bernhard Heisig der typische Themenkreis. Doch er konnte auch anders. Das bestätigt sich in seinen Porträts Stillleben und Figurenbildern. Wie zum Beispiel in dem Gemälde Geburtstagsblumen auf Schachtisch. Hier spielt die Natur eine übergeordnete Rolle. Wir wollten auch ein Stück sozusagen den Blick auf den anderen Heisig freiräumen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Heisig selber sagt, er brauchte die Natur, also Stillleben, Landschaft und so weiter. Um wieder Energie zu sammeln, um wieder Kraft zu sammeln für die anderen Sachen. Einige Bilder von Heisig hängen zum ersten Mal im Dieselkraftwerk. Die meisten stammen dabei aus dem Konvolut von Vera Schreck. Die Gemälde wurden letztes Jahr im Juli dem DKW als Dauerleihgabe übergeben. Also wir wollten jetzt nicht die Sammlung einfach so zeigen, das wäre relativ langweilig. Und wir haben uns da mehrere Ideen überlegt, damit das Ganze spannend ist. Und wir auch ein bisschen was Unverhofftes vorfinden hier. Der Heisig-Kenner wird auf jeden Fall staunen, dass es das eine oder andere zu entdecken gibt. Die Ausstellung dient daher als Gegenüberstellung. Und so sind die Bilder auch angeordnet. Gleich am Eingang findet sich das Bildnis der Mutter aus den 50er Jahren. Dem gegenüber steht das Mädchen vor blauem Hintergrund aus den 60er Jahren. Beide Bilder spiegeln die frühe Entwicklung Heisigs wieder. Vom realistischen Stil über Bildexperimente im Stile Pablo Picassos. Heisig war immer für eine Überraschung gut. Überraschen lassen können sich auch die Besucher. Die Ausstellung ist seit Freitagabend geöffnet. Am Sonntag, den 31.01., lädt das Dieselkraftwerk zu einer gesonderten Führung ein. Die beginnt um 16 Uhr. Am Sonntag, den 31.01.